Schätzungsweise 2% der Menschen haben A-Fantasie. Ich bin einer davon und in diesem Video möchte ich mit dir darüber reden, wie es ist, mit A-Fantasie zu leben, was A-Fantasie überhaupt ist. Einen ganz kurzen Abstecher in die Geschichte, aber vor allem, wie du herausfinden kannst, ob du selbst betroffen bist. Denn ich selbst habe 27 Jahre gebraucht und wusste nicht, was falsch mit mir ist, bis ich darauf gestoßen bin und verstanden habe, okay, deshalb, und beginnen möchte ich an dieser Stelle mit einer kurzen Übung. Schließ einmal die Augen und stell dir vor, du liegst am Strand. Stell dir vor, du spürst vielleicht den Sand in deinen Fingern. Stell dir vor, welche Farbe das Meer hat, welche Farbe die Sonne hat. Stell dir vor, welche Farben die liegen haben, die um dich herum liegen, ob du vielleicht alleine bist oder ob da noch andere Menschen sind. Und jeder Mensch, wenn er sich dieses Szenario vorstellt, hat eine unterschiedliche Lebendigkeit. Manch einer mag das Ganze in schillernden Farben sehen, gestochen scharf wie in HD. Der nächste mag vielleicht eher schwarz-weiß sehen, wieder andere sieht vielleicht eher grobe Umrisse. Und dann gibt es Leute wie mich, die sehen Folgendes. Das ist in etwa das, was ich mein Leben lang bisher gesehen habe, vor meinem geistigen Auge, wenn es darum geht, dass ich mir irgendetwas vorstellen sollte. Und das klingt erstmal komisch, weil man denkt, Moment mal, vielleicht hat er sich nicht genug angestrengt oder hat irgendwas falsch gemacht oder sowas. Und vor allem, warum braucht man 27 Jahre für die Erkenntnis? Das muss einem doch eher auffallen. Nein, tatsächlich nicht. Denn wenn du dein Leben lang etwas nicht konntest, woher willst du wissen oder wie sollst du dazu kommen, etwas zu vermissen, wenn du etwas nie gehabt hast, dann merkst du auch nicht, dass dir etwas fehlt. Und auch im Austausch mit anderen ist das extrem schwer, denn ich dachte jedes Mal, wenn einer sagt zum Beispiel, er stellt sich vor, wie er am Strand liegt oder ähnliches, dachte ich, dass er einfach daran denkt, wie es ist, wenn er am Strand liegen würde. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass jemand wirklich Bilder vor seinem geistigen Auge haben kann. Und auch wenn jemand gesagt hat, ja, ich stelle mir das vor und sehe das denn halt, dann dachte ich eher, dass das so ein bisschen metaphorisch gemeint ist. Aber ich hatte nie wirklich auf dem Schirm, dass das wirklich so ist, dass jemand Bilder hat in seinem geistigen Auge. Erstmalig richtig festgestellt habe ich das im Jahr 2017. Ich habe damals meinen NLP Master gemacht. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Ausbildung in neurolinguistischer Programmierung. Und da wurde sehr oft gearbeitet mit Visualisierung. Es gab verschiedene Formate, die nennen sich dann Six-Step-Reframing oder ähnliches. Und da war sehr viel mit visuellen Formaten. Das heißt, es ging zum Beispiel darum, dir selbst vorzustellen, dass du im Kino sitzt und selber einen Film auf der Leinwand siehst. Dann sollte man diesen Film verändern, in schwarz-weiß auf der Leinwand sehen und so weiter. Und das waren zwei sehr intensive Wochen, wo wir solche Übungen hatten. Und ich habe rechts und links geguckt und alle anderen Teilnehmer hat das zum Teil sehr berührt, was sie da erfahren haben. Manche haben geweint. Vielen hat das sehr viel gegeben. Und ich persönlich sah halt das. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist, strenge ich mich nicht genug an? Was mache ich falsch? Ich habe echt, ich war am Verzweifeln, weil ich dachte, was ist denn los? Warum ist das für die alles so ein sensibles, emotionales Thema? Und ich bleibe kühl wie ein Stein. Es ist, habe ich irgendwie keinen Zugang zu meinen Gefühlen? Es ist irgendwie, was passiert? Und zufälligerweise gab es, und das ist wirklich ein Zufall bei der recht seltenen Häufigkeit von schätzungsweise zwei Prozent der Menschen, eine Person in der Seminargruppe, Werner hieß ja, es war ein älterer Herr, um die, ja, Ende 50 würde ich sagen. Und der kam zu mir an und meinte, du, ich habe das beobachtet und eventuell hast du A-Fantasie. Ich weiß das oder ich vermute das, denn ich habe das selber. Ich meinte, was ist denn A-Fantasie? Und da hat er mir das erzählt, was ich jetzt in diesem Video mit dir teile. Und ich bin das erste Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen. Dann muss ich sagen, dass ich selbst zu dem Zeitpunkt, obwohl das so eine intensive Erfahrung war, so in meinem Persönlichkeitsentwicklungsfilm war, im Sinne von, man kann alles schaffen, man muss sich nur genug anstrengen und alles ist zu schaffen, man muss nur irgendwie die Technik für sich ändern und herausfinden, dass ich das ganze Thema wieder ein bisschen verdrängt habe und dachte, okay, wahrscheinlich hast du irgendwas, was in einer schlechten Verfassung hast, was falsch gemacht oder ähnliches. Ich habe mich dann wenige Jahre später noch mal intensiver damit beschäftigt. Ich glaube, im Jahr 2020 kam die Influencerin, ist es glaube ich, Bonnie Strange und hat noch mal auf dieses Thema A-Fantasie aufmerksam gemacht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, okay, krass, das trifft alles eins zu eins auf mich zu. Ich konnte mein Leben lang, wenn ich zum Beispiel ein Buch gelesen habe, habe mir das null gegeben, gerade Romane nichts. Ich habe hier, was weiß ich, paar hundert Sachbücher oder Fachbücher, weil ich dachte, wie kann ein Mensch Romane lesen? Warum schaut man nicht einfach einen Film? Also ich dachte, wenn man einen Film schaut, dann hat man doch die ganzen Bilder, anstatt dass man einfach Worte liest. Es war mir rätselhaft, dass Menschen einen Roman lesen können, das alles wirklich vor ihrem geistigen Auge sehen und dann, wenn sie einen Film gucken, so was denken wie, ach, so sollte der Charakter aussehen. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt, weil ich habe mir halt nie was vorgestellt. So Sachen wie Harry Potter Bücher oder ähnliches, das war für mich komplett weit weg. Das hat mir null gegeben, weil ich einfach nichts gesehen habe. Ich habe einfach eine Geschichte gelesen und dachte, gut, kann man schreiben. Aber hier oben war nichts, war Stille, war schwarz. Und das war krass, das herauszufinden, wie es denn tatsächlich war. Das Witzige ist, im Jahr 1880 wurde bereits das erste Mal von einem Forscher namens Francis Galton darauf aufmerksam gemacht, dass es so etwas zu geben scheint. Und danach wurde tatsächlich bis zum Jahr 2005 nicht mehr wirklich daran geforscht. Im Jahr 2005 gab es dann eine Person, ich meine, in Großbritannien war es, kann auch in den Staaten gewesen sein, nagel mich darauf nicht fest, die am Herzen operiert wurde. Und nach dieser Herz-OP hat diese Person festgestellt, Moment mal, ich konnte mein Leben lang Dinge visualisieren, sehr lebhaft visualisieren, sehr intensiv. und jetzt nach dieser OP kann ich auf einmal gar nichts mehr sehen von meinem geistigen Auge. Es ist alles weg. Und diese Person hat sich dann an ein Forschungsinstitut gewandt und an andere Wissenschaftler und hat gesagt, da muss es doch irgendwie Forschung zu geben, was ist da los? Hier hat sich maßgeblich was verändert in meinem Leben. Es wurde also quasi richtig bekannt, erst in dem Moment, wo eine Person, die es ihr Leben lang hatte, auf einmal nicht mehr konnte. Und seitdem gibt es Forschungen, die in die Richtung gehen. Eine von einem Forscher namens Siemen, die kam dann auch in etwa vor einigen Jahren, wurde die veröffentlicht. Und es gibt auch aktuell einige Forschungen, die noch aktuell sind, die noch nicht veröffentlicht wurden, die in diese Richtung gehen. Und witzigerweise tatsächlich sind Träume nicht davon betroffen. Das heißt, ich kann sehr visuell träumen, also ich sehe dann auch wirklich Bilder vor meinem geistigen Auge, wenn ich träume. Nur tagsüber in meinem Wachbewusstsein ist nichts. und eventuell denkst du jetzt, wenn du das hörst, warte mal, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, oder du denkst, Moment mal, ich finde mich da gerade schon ein bisschen wieder in dem Video und vielleicht möchtest du herausfinden, geht es mir genauso, bin ich selber betroffen. Wenn dem so ist, dann gibt es einen Test, der nennt sich VVIQ, steht für Vividness of Visual Imagery Questionnaire, also ein Fragebogen bezugnehmend auf die Lebendigkeit der visuellen Wahrnehmung und den kannst du machen. Ich werde das hier unter diesem Video verlinken, genau noch wie das Dokument, ich weiß gar nicht, ob es der Abstract ist, von der Forschung von Siemen, was du bisher darüber geschrieben hast, beides verlinke ich hier unter dem Video und wenn du das Gefühl hast, okay, das ist das erste Mal, dass ich davon höre, ich glaube, ich habe das selbst, schreib gerne mal hier unter die Kommentare, das ist immer spannend, sich quasi mit Gleichgesinnten auszutauschen und wenn du Fragen dazu hast oder ähnliches, schreib auch gerne in die Kommentare, ich bin immer bemüht, schnellstmöglich zu antworten. Wenn dich das Thema interessiert hat, klick unter dem Video auf die Glocke. Generell rede ich auf diesem Kanal hier viel über Spiritualität, über Freimaurerei, über Persönlichkeitsentwicklung und alle Themen rund um die menschliche Psyche, den Verstand, darüber, wie die Welt zu funktionieren scheint, über Philosophie, also alles, was den Menschen betrifft und die Welt betrifft, man könnte sagen, über Gott und die Welt vielleicht und wenn das Themen sind, die dich begeistern, klick auf die Glocke, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, schön, dass du hier warst, bis dahin nur das Beste, Adios.